Anna-Karina Wojciak, neues Pärchen-Foto. Verliebte mit ihrem Daniel. Anna-Karina Wojciak, 30, genießt mit ihrem neuen Partner Daniel Böhm eine sonnige Auszeit in der Dominikanischen Republik und lässt auch ihre Fans an ihrem Liebesurlaub teilhaben. Nach einigen Eindrücken in ihrer Instagram-Story postet die Sängerin nun auch ein erstes Pärchen-Foto aus dem Urlaub. In Bikini und Badehose strahlen Anna-Karina und Daniel in die Kamera und machen einmal mehr deutlich, wie verliebt sie ineinander sind. Den Schnappschuss kommentiert die 30-Jährige mit den Worten Freiheit. Frische Luft und Liebe. Ihre Fans sind begeistert von der neuen Aufnahme. Wow. Was ein mega schönes Bild von euch, ihr seid ein wunderschönes Paar, ganz viel Liebe an euch zwei, kommentiert unter anderem eine Userin. Anna-Karina Wojciak, 30, ist nach der Trennung von Stefan Ross, 47, wieder frisch verliebt und lässt seit einigen Wochen auch ihre Fans an ihrem neuen Liebesglück teilhaben. So auch jetzt. Auf Instagram teilt die Sängerin ein Foto, das sie am Flughafen zeigt, zusammen mit ihrem neuen Freund Daniel geht es in den Liebesurlaub. Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Sonne, Strand und Meer sind dann mal weg. Ihr Partner wird noch konkreter und verrät in seiner Instagram-Story, wohin die Turteltäubchen verreisen, es geht in die Dominikanische Republik. Das frisch verliebte Paar scheint sich nach den grauen Wintermonaten nach etwas Sonne auf der Haut, und im Herzen, zu sehnen. Nach der Trennung von Stefan Ross, 47, im November vergangenen Jahres hat Anna-Karina Wojciak, 30, ihr Glück mit Daniel Böhm gefunden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag bekamen Fins der Schlagersängerin den neuen Mann an ihrer Seite erstmals zu sehen, auch wenn sein Gesicht verdeckt blieb. In ihrer Instagram-Story postet sie nun erneut ein Pärchenfoto, das allerdings etwas ungewöhnlicher ist. Mit Sitz aus der Mähne blickt Anna-Karina in die Kamera, ihr Liebster steht hinter ihr und hält einen Haartrockner in der Hand. Liebe ist. Wenn man, dir die Haare föhnt, schreibt die Musikerin und fügt ein Herz-Emoji hinzu. Wie romantisch. Stefan Ross, 47, war bis zum Liebesaus im Herbst 2022 auch der Manager von seiner Ehefrau Anna-Karina Wojciak. 30, doch nun hat sich der immer wieder Sonntagsmusiker offenbar einen neuen Schützling gesucht. Wie Bild berichtet, glaubt er gemeinsam mit Hit-Produzent Ralf Siegel, 77. An das Talent einer anderen Sängerin, Vanessa Dollinger, 20, aus Kärnten, Österreich. Die Künstlerin hatte bereits erste Erfolge mit Liedern wie Verliebte Schlafen Nicht und Feuerwerk. Stefan Ross schwärmt gegenüber der Publikation, wir glauben, dass sie viel Potenzial hat. Anführungszeichen. Weiter erklärt der Startrumpeter, wir wollen ihren Sound mit den Siegelkombinationen verbinden. Ich kümmere mich um das Management, von Ralf kommt die musikalische Unterstützung samt Plattenfirma. Auch Musikproduzent Ralf Siegel zeigte sich begeistert, Stefan hat sich wunderbar entwickelt. Er ist spannend, herzlich und inzwischen ein richtig toller Kerl. Und Vanessa ist eine großartige Künstlerin. Das klingt nach einer wunderbaren Zusammenarbeit. Anna-Maria Zimmermann, 34, ist eine Powerfrau. Nachdem sie sich bei einem Hubschrauberabsturz vor über zwölf Jahren lebensgefährlich verletzt hatte, kämpfte sich die Schlagersängerin zurück ins Leben und das trotz ihrer anhaltenden Lähmung im linken Arm. Ihre Instagram-Community lässt die 34-Jährige regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Auch ihre jüngste Entscheidung teilt die Sängerin mit ihren Fans, eine erneute Ob, die nun ansteht. Mit der Überschrift Ich bin mal kurz raus offenbart die 34-Jährige nun, dass bei ihr eine Ob im Raum stehe, die ihr mehr Lebensqualität und weniger Schmerzen bringen werde. Wie die Sängerin berichtet, handele es sich bei dem Eingriff um einen Termin, der schon lange geplant sei, bislang aber aufgrund von Familie, Arbeit und Auftritten nicht wahrgenommen werden konnte. Ich muss es jetzt tun, um morgens entspannter aufzustehen und abends nicht mit Schmerzen einzuschlafen und deshalb wünsche ich mir, dass ihr mir morgen die Daumen drückt, so die 34-Jährige. Welche spannenden Neuigkeiten es bei anderen Schlager-Stars gibt, lesen Sie in unseren weiteren Schlager-News. Verwendete Quellen, Instagram-Comm, Bilde.